Ein Multitalent, sozusagen, spielt jetzt bla 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 und dann kannst du richtig ausgehen. Und dann kann man das so machen, relativ knackig, so in der Länge, wie du das gerne möchtest. Und dann machst du es fertig und dann sagst du Video-Podcast und dann kommst du sofort Feedback mit den Leuten. Ach, das ist ja toll, was ich hier machen und so weiter. Dann sind wir dabei. Richtig, das machst du immer wieder, immer wieder. Und das kann irgendwie mehr werden, ne? Ja, so sieht das aus. Ja!